Hallo Leute, wir sind wieder hier bei Haskoni und dritte Runde gegen BrotherTube und mal schauen, wer gewinnt. Ich wähle diesmal den Schurken und er ist jetzt offline. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir heute in den Shop, kaufen uns ne Packung und schauen, was in der Packung drin war. Dann machen wir halt ne andere Runde. Schade. Was gibt's denn hier Schönes? Stellt bei eurem Helden vier Leben wieder her, alle Klassen, Priesterin. Ui, die ist gut. Eure Zauberkosten ein weniger, den muss ich zum Magier noch ein zweites Mal reinpacken. Schildträger. Ne, den mag ich nicht so sonderlich. Zerstört eure Waffe und fügt allen Feinden den Schaden dieser Waffe zu. Klingt interessant. Und Gottes Schild. Ähm, ja. Machen wir mal ausnahmsweise einfach am Anfang. Die Deckbearbeitung. Wenn er halt nicht da ist. Äh, und diesmal spielen wir nebenbei mit Magier. Mal wieder Abwechslung und so. Und deswegen füge ich schon mal den Zauberlehrling hinzu und entferne da für den hier. Zauberlehrling, Zauberlehrling. So. Äh, ja. Komm, den Rest lasse ich so. Spielen. Und der Rang wurde ja jetzt zurückgesetzt. Und deswegen sage ich einfach gewertetes Spiel. Weil es wird ja jede Woche oder so zurückgesetzt. Irgendwie so war das. Und in der letzten Woche habe ich genau den Rang erreicht, ab dem man... Spiel. Ja. Das Spiel will anscheinend nicht. Geschlossen. Ups, neckische Waldgeister haben Hearthstone durcheinandergebracht, während es versucht hat, sich mit dem Battle.net-Dienst zu verbinden. Bitte warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie dann das Spiel neu zu starten. Äh, dann bis gleich, Leute. So, Leute. Wir sind wieder hier in Hearthstone. Irgendwie ganz seltsam, was gerade mit den Servern und so abgeht. Gewertetes Spielmagier. Los geht's. Äh, kann vielleicht sein, dass der Typ von BrotherTube deswegen offline gegangen ist. Und darum wir gerade nicht die dritte Runde spielen konnten. Das kann ein Grund gewesen sein. Hm. Jetzt mache ich eine Runde ohne ihn. Ist das Arschig, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich ein Arsch oder bin ich kein Arsch? Äh, nee. Äh, ich mache jetzt einfach eine Runde, wenn er nebenbei online kommt. Och, nö. Äh, wenn er nebenbei online kommt, schreibe ich es dem halt. Und ja. Was ist das? Blah. Weg. Hm. Und jetzt kriegen wir noch eine bessere Karte. Meine Fresse. Ja. Wir hätten vielleicht den Jäger nehmen sollen. Auf niedrigen Rängen ist der Jäger OP. Aber vielleicht ist es auch jemand, der eigentlich einen hohen Rang hatte. Und jetzt, äh, runtergesetzt wurde. Und uns jetzt mit seinem Magier voll OP fertig macht. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass er gerade die Münze für so eine Karte gespielt hat, die verpackt ist. Ähm, ja. Bezweifle ich es. Äh, äh, geht der Stein ein bisschen ab oder so. Äh, äh, ja komm. Arcane Geschosse. Toll. Super. Super. Und der denkt sich einfach, fuck this shit. I'm gonna fly, fly, fly everywhere. Fly, fly, fly everywhere. I'm gonna flyin. Und da im not flying. Und was singe ich? Ich hab keinen Plan. Ähm, ja. Spotti. Ah. Jetzt ist er online. Fügt einem Charakter 3 Schaden zu. Und stirb. Oder? Ich weiß nicht. Ich spiel zuerst den Spotter. So. Und fertig. Ich hab grad selber keine Ahnung, was ich vorhabe. Ich kann mich irgendwie zwischen so vielen Taktiken nicht entscheiden. Und der wird wahrscheinlich mit dem angreifen, um den noch stärker zu machen. Und dann stirbt er wegen einem Schaden. Ah, gut. Rail ist jetzt offline. Ähm, ja. Why not? Das hatte ich nicht bedacht. Oh. Fickt er. Ah, 7. 3 Schaden zu und friert ihn ein. Hm. Stirb. Ich mag dich nicht. Du auch. Ich mag dich noch weniger. Das war's. Fertig. Hm. Ist jetzt blöd gelaufen. Ach Gottchen. Willst du mich denn massakrieren? Äh, verwandel deinen Diener in ein Schaf. Hm. 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 Soll ich? Ja, komm. Schäfchen. Das war's. So, dann spiel ich den Spotter als nächstes. Und ja. Hm. Ist jetzt blöd, dass das mit der Runde nicht geklappt hat. Bin vielleicht deswegen auch gerade irgendwie voll diskonzentriert und werde die Runde mit voller Kanne voraus verlieren. Aber scheiß drauf. Ist halt nur so ein kurzes Pfannründchen. Hm. Auf deinen. Nee, zuerst den Spotti. So, fertig. Nämlich, da muss ich jetzt alle opfern, um den zu töten. Ja. So ist es. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Bin wieder da. Hearthstone ist abgestürzt. Das erklärt vielleicht die Runde, weswegen ich gerade diese eine Runde. Spiele. Äh. Dann spiele ich es halt im Nachhinein. Fick dich. Scheiß Wichser. Fick. Dich. Äh. Fügt allen Dienern vier Schaden zu. Klingt jetzt irgendwie sehr verlockend. Aber stattdessen spiele ich den Spotter. Den P-P-Pocker. Den töte ich. Und fertig. So, mal schauen, was er jetzt vorhat. Mein kleiner, kleiner Magier namens Nico Alpha. Gibt's auch ne Beta-Version von dir? Bist schon ziemlich lang in der Alpha. Habe ich so das Gefühl. Kann ich deinen Huhn töten? Nein. Aber ich kann das hier machen. Oder das hier. Die Geräusche sind seltsam. Hm? Oh. 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 Du bist so ein Arsch. Hm. Der sieht ein bisschen aus, wie aus wie ausbauen. Nur so ganz wenig. Gibt allen feindlichen Dienern. Ähm. Feindlichen Helden drei Schaden zu. Und. Ruft einen Eber herbei. Und in der nächsten Runde töte ich alle. Ja. Ganz sicher. Ich will mir die Karte halt aufheben. Aber. Scheiße. Ich habe nur noch zwölf Leben. Das hätte ich vorher merken sollen. Aber hey. Wenn er jetzt lustig ist, kann er meine töten. Genau. Ich habe ihm eigentlich gerade geholfen. Ich bin so ein Vollidiot. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Hm. Aber ich kann dann in der nächsten Runde alle so mit töten. Mit denen. Oder auch nicht. Auf keinen Fall. So. Zum Glück habe ich aber diese Feldclearer. Karte. Auf der Hand. Die allen feindlichen Dienern vier Schaden zufügt. So. Und. Er kann eine Explosion. Da hat es sich gelohnt. Den noch aufzuheben. Was? Scheiße. Ich hatte den. Töten. Das war blöd. Das war blöd. Das war blöd. Danke. Oh. Ich habe es synchron gesagt. Ach ja. Wie gesagt. Ich hätte den da töten sollen. Mhm. Mhm. Ich hätte ihn töten sollen. Ach Gott. Das sieht nicht gut aus. Oho. Unsere Rettung. Spotter. Und Leben. Und das. Fertig. Aber. Aber wir haben uns ein bisschen gerettet. Ein klein wenig. Aber wir haben uns gerettet. Und wenn ich dann noch die Karte ziehe, die zehn Schaden macht, dann sind wir gleich auf. Aber der hat fünf Karten. Oh. Oh. Wenn ich jetzt total, ich muss, ich muss totalen Pech haben. Fuck you. Fuck you and you whole family. Ich bin gerade auf so Sparflamme und versuche mich mit allem möglichen. Mhm. Tja Leute. Das war's mit dieser Runde. Wiedersehen. Euer Sandoron. Die Frage. 2006 2017